ja hallo Leute hier wieder euer Tozo mit let's play skyrim die unendliche und wir machen da wieder ein in the middle of the week take out video und ich zeige euch nur kurz wir haben das letzte mal ja ein buch bekommen ein zauberspruch der da heißt ja magie und veränderung leben entdecken und mit dem können wir auch leben also veränderung leveln ich habe hier kurz eine null cluster robe welchen veränderung sauber verbrauchen 28 prozent weniger mag ja und regeneriert sich das können wir ja schon ja genauso angelegt und wir leveln da kurz einmal und nach ja seht ihr das geht ja recht flott wir brauchen da nichts tun außer es mag ich ja verbraucht das ding ja auch nicht ja wir haben ja die robe an und da können wir hochlabeln enemy und danach ja jetzt mache ich dann gleich mal schluss seht ihr dann ein paar takes out von letzten von der letzten best ok ok so funktioniert das auch veränderung geht noch besser glaube ich mit telekinese aber das buch habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ok ok leute bis gleich und viel spaß bei den take out wieder zwei magier und ja verbesserter schluss kam her das ist der toten magier der ist in die eigene falle gelaufen noch ein elektromant komm her leute zaubertrank gesundheit regenerieren gesundheit wieder herstellen und jetzt müssen wir aber schnell uns heilen gesundheit regenerieren das werden wir auch gleich machen und magie resistenz werden wir auch gleich reinhauen und eigentlich sind wir was haben wir das gibt es doch nicht ja leute ja da müssen wir was neues machen so das ganze von vorn und wir machen das jetzt ganz anders ja wir nehmen das in die hand ja und machen auf geschwindigkeit schätze ich mal das gefällt mir nicht ja da sind ein haufen von diesen jungs ja ich weiß wir werden die gleich einmal neu beschwören wir lassen die mal arbeiten und da hinten sind einen ganzen haufen von den jungs fünf stück ich werde euch brennen ja legt mich am arsch vor wir haben da überhaupt was haben wir wieder ausgerüstet ich brauche ja unbedingt da das schwert wo ist der nächste die schießen dadurch die gegend ich hau da immer das falsche rein wir lassen da jetzt die jungs mal arbeiten und aber da liegt ja schon einer der nun gleich einmal also das ist fehlendal ja das ist ein take out nämlich hab wieder fehlendal gekillt ich will mich auch nicht verstecken kommen ich werde euch mit freuden ja du nicht verstecken ja leute ich sollte das an was geht denn da ab ja 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 ich weiß nicht was alles los ist ich kann ihn auch nicht heilen ich kann ihn auch nicht heilen ich weiß nicht was alles so abgeht hier immerhin doch und aber klip 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 klip